Ja hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei was man so tut am Samstag in Florida. Ja schon lange nennt es mein Brat, so ja denke ich muss mal wieder wissen was da geht. Ja heute Samstag Dezember, ich habe es vergessen, aber drei Wochen oder zwei Wochen vor der Weihnachten geht eigentlich gar nicht ins Mai oder ist gar nicht gegangen, jetzt wird es dunkel und darum sage ich aber, Moment mal, ich muss mal winken mit meiner Hörter. Halte mal, winken, winken, winken. Jetzt, ich habe ein Motion-Sensor. Heute ist nicht voll gegangen, aber es ist doch ein wenig etwas gegangen, weil ich habe einen Christbaum gekauft und dann habe ich ihn aufgestellt und habe auch Liederchen gekauft und Dekorationen und so und das will ich mal zeigen, wie das raus gekommen ist. Also wie man sieht, da hinten sieht man gar nichts. Aber da ist der Christbaum da hinten. Und jetzt sage ich mal, ja jetzt sage ich mal, jetzt ist mein Motion-Sensor wieder rausgegangen, jetzt sage ich mal jetzt, ich hoffe, ich haue es im rechten Winkel an. Moment, ich muss gucken, ob man es noch sieht. Also, ja. Ja, das ist mein Christ-Lied, Christ-Kendles-Lied, wie man es nennt. Ja, guckt mal, meine ganze Säule haue ich um. Und das ist der Christbaum, der ist noch nicht fertig. Ich habe jetzt nochmal angefangen, heute Morgen geht es weiter. Da kommen noch meine Farben ein bisschen an. Aber ich will jetzt nicht blau oder so, weil Weihnachten ist rot und weiß eigentlich. Grün, ja, kann man auch, aber weiß und rot. Ich will kein blau oder etwas. Aber da muss noch der Stern oben rein, der Engel muss noch oben rein, der muss auch noch rein. Ja, ja. Und dann haben wir da Christ-Kendle, wie es im Bilderbuch ist, ja. Und dann kann das Christ-Kendle kommen. Und dann will ich euch mal gucken, was das Christ-Kendle bringt. Also, ich hoffe, euch bringt es auch ein bisschen schönes Christ-Kendle. Macht's gut. Bis dann, lasst es euch nicht gräben. Und Stefan Grause, Hausmeister 666, Hausmeister 007. Die sind ja auch. Das nächste Jahr, am 8. Dann kommen wir jetzt ins 66. Echt war, 66 Restaurant. Ja, da sind drei gestorben letzte Woche. Okay, bis dann. Ciao. Lasst es euch nicht gräben. Ciao. Ciao.